Und hier kommt es um 13. auf Bahn Jorla Stoll auf 1. Markus Kirchner, Bahn 2. Max Leuchert auf 3. Maximilian Uffski. 4. Nach den Richtern Bahn 5. Matthias Wackenbeil auf 6. Ramiur Uffski. Bahn 7. Konstantin Tempiner auf 8. Nikolas Wampel auf 9. Maximilian Ull. Im 14. Lauf schwimmen der Banu-Hugler in der Kabel, auf 1 Björn für den Komponente, auf 4-2 Jona Hohen-Haffel, auf 3-3 John Bosler, auf 4-4 Jona Hohen-Husser, 5 Dion Angelim, auf 4-3 Jona Hohen-Hvaus, auf 4-5 Victor Christianim, auf 4-3 Jona Hohen-Husser, auf 4-4 Jona Hohen-Hoden.